Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem etwas Anderen Video und zwar hat mir der gute Tim mal erwähnt oder so hat man eine ultimative Montage hochgeladen Und ja und ich sollte mal darauf rechnen was ich auf jeden fall sicherlich machen werde und ja geben wir uns das mal Und ich bin gespannt wie das ganze so läuft weil die sauber hat auf jeden fall momentan raus Das habe ich sehr oft gespürt bekommen und ja wollen wir uns das mal geben am besten gleich voll Geben wir schon mal ein like dafür wird sowieso richtig krank und yo Los geht's ich bin mal gespannt Wenn es mal vorgibt okay Also meistens nur mit der Sniper auf jeden fall am Start Aber wie er abgeht ne? Wie er abgeht ne? Wie ein richtiger Pro Gamer Alter Passende Musik auf jeden fall auf der Stelle Alter Ey das ist so heftig ne? Das ist so heftig Ich hab auch gleich Double Kills klar Hehehe Hä Wow! Wow 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 Durch was ist er jetzt gestorben? Ach so das war wahrscheinlich noch von der Klecksbombe gewesen Das habe ich gar nicht zurecht gecheckt An dieser kleinen Stelle, wenn man sehr oft Klecks Bomben hinterher werft, kann man mich damit auf jeden Fall sehr oft triggern, also ja, das geht man immer schon auf die Nerven, Insta-Bomben genauso, aber machen wir weiter. Dann auch noch mit Scope, ey, ne ne, mit Scope kann ich gar nicht, überhaupt nicht, wie lang geht denn das Pratsche überhaupt, oh, das geht doch ein bisschen, ey, das ist heftig, aber die Musik ist voll chillig, ah, der ist hat zwar gestorben, aber hat den noch bekommen, das lässt sich noch gelten, ah, deswegen heißt das auch Ultimate, ne, weil es verschiedene Waffen sind, ah, ok, hab's erstmal nicht so richtig blicken können, weil nur Kleckser und mit Thumbt-Nenno dabei waren, deswegen... So, als kleine Flucht und so, und dann, yeah! Triple Kill, Alter! Triple Kill! Ohohohoho, ach du Scheiße! Alter, ey, komm mal runter, Alter! Nur ganz kurz zur Unterbrechung, nicht wundern, warum ich so zur Seite schaue, da ist mein Hauptbildschirm, da ist mein zweites Bildschirm, ich kann das nicht so machen, leider, deswegen, falls es schlimm ist, sorry an dieser Stelle, aber, naja, egal, machen wir mal weiter. Warte mal, ne, nur ganz kurz, ist die Quali überhaupt richtig hochgestellt? Wenn schon, dann, gute Quali. Okay, let's go! 360, 360, Alter! Alter, chill dein Leben, Alter! Ey, was? Was? Mit dem Trommler. Mit der Waschmaschine, will ich's gerne nennen. Ist ja auch ne Waschmaschine. Ja, ist schon heftig, ne? Das ist jetzt wieder normal, ja, normal Kleckser, ja. Müsst ich eigentlich auch wieder zocken, irgendwie. So normal mit dem Kleckser oder so, mach ich selten. Weil, das ist mir irgendwie zu Standard. Alter! Alter, das ist richtig heftig! Aber, wie er nicht abgeht, ne? Wie er nicht abgeht, alter! Ja, Tüppelkill, ne, easy doing, mach ich, mach ich täglich, ne? Ja. Easy. Ja, double, ne? Wie gesagt, easy goal. Ja, low 1! Jo! Okay, das war's. Alter! Alter! Das ist schon, ne? Ah, der hat ja sogar schon mal ne andere Ultimate-Montage gemacht. Okay, nice. Aber ich muss sagen, äh, ist schon richtig geil, ne? Ist schon wirklich richtig geil. Lack hat er auf jeden Fall von mir, von mir bekommen. Und, ja. Es war auf jeden Fall richtig nice, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall richtig nice. Also, da lohnt sich's auf jeden Fall schon, bei ihm so ne Montage zu geben. Ähm, nicht nur bei den, äh, etwas populären YouTuber, nenn ich's mal. Auch bei uns Kleinen zum Beispiel, oder so, lohnt sich auch mal so was mal anzusehen. Aber, ja. Jetzt, wie gesagt, es war richtig nice. Also, Skiller Pro hier, over 9000 Level. Und, ja. Es war schön, mir das auf jeden Fall zu geben. Es war kein Scheiß, es war richtig skillig, auf jeden Fall. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn man schon so was macht, dann sollte man nur die Teilstücke aufnehmen, wo man, wo man nur Leute killt. Oder es halt, skillig halt aussieht, wie man halt Leute tötet. Und, ähm, ja. Ich sag nur eins. Schaut bei dem Typen vorbei. Es sind übrigens zwei Leute, by the way. Und, ähm, ja. Schaut bei denen gerne vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall direkt. Gerade für sowas ist schon richtig nice. Und, ja. Wenn euch diese Reaction gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Sein Kanal ist übrigens auch in der Videobeschreibung verfügbar. Oder auf meinem Kanal, unter dem Reiter auf der rechten Seite, die Bestene, Doppelpunkt D, auch dabei. Und, ja. Auch, wie gesagt, in der Videobeschreibung natürlich auch. Und, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und, ja. Ciao, Leute. Macht's gut. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.